Der Redakteur liest die Würfel irgendwie anders, wahrscheinlich alchemistisch. Er fügt auf jeden Fall die Schafe dazu und erhöht die Zahl der Würfel auf 10. Klar. Die Mathematikstudenten machen ein Würfelspiel. Sie ergänzen die Würfelpunkte. Die Biologin schließlich findet die Würfel in diesem Zustand. Sie findet auch den Schatz und möchte die Welt vor ihm schützen. Sie füllt eigene Zeichen ein und malt Zeichen auf die Stecketiketten. Es gibt aber Zeichen, die nicht auf den Stecketiketten auftauchen und auch nicht in den Spielregeln erwähnt sind. Sie kennzeichnen die drei Würfel. Die sind lockerer. Weiter. Freier. Oh ja, die tollen lockeren Frauen der Karibik schwingen sich den ganzen Tag in den Hüften und leben einfach. Ich würde mich auch gerne den ganzen Tag in den Hüften schwingen. Weißt du was? Was mein Ding ist? Oh ja. I need you, possibly. But I need you. Untertitelung. BR 2018